Oppo A54 oder Samsung Galaxy A12. Welches Smartphone ist besser? Wenn ihr zwischen den beiden Produkten schwankt, hilft euch dieser Vergleich. Ich vergleiche die Unterschiede der Daten von beiden Smartphones in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr einen Gewinner. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Geräte unten verlinkt. Design In der Kategorie Design gewinnt das Galaxy A12 eindeutig mit 71 zu 38 Punkten. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen. Ist staub- und wasserdicht. Das Oppo A54 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile. 13 Gramm leichter, 0,5 mm dünner, 0,1 mm schmaler, 0,4 mm kürzer und 6% geringeres Volumen. Bildschirm. Im Bereich Bildschirm sind beide Smartphones ebenbürtig mit 32 Punkten. Folgenden Punkt besitzt das Oppo A54. 0,1% größere Bildschirmgröße. Leistung. Im Bereich Leistung gewinnt das Oppo A54 haarscharf mit 79 zu 78 Punkten. Es gibt hier keine größer abweichenden Spezifikationen. Kameras. Beim Punkt Kameras gewinnt das Oppo A54 knapp mit 60 zu 56 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. Zweifach mehr Megapixel der Frontkamera, hat einen Blitz mit Dual-LEDs, schnellerer Foto-Autofokus durch Phasendetektion bei Fotos, unterstützt Videoaufnahmen in Zeitlupe, eine Blitz-LED mehr, 9,1% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera und es bietet eine manuelle Einstellung des Verstärkungswertes. Das Galaxy A12 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 3,4-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 9,1% größere Blende bei minimaler Brennweite, hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor, BSI, integrierter HDR-Modus und hat einen vorderseitigen LED-Blitz. Audio. In der Kategorie Audio kommen beide Handys auf 62 Punkte. Es gibt hier keine größer abweichenden Spezifikationen. Akku. Bei der Kategorie Akku ist das Galaxy A12 mit 65 zu 59 Punkten deutlich vorne. Es gibt hier keine fundamental abweichenden Eigenschaften. Eigenschaften. In der Kategorie Eigenschaften kommen beide Handys auf 74 Punkte. Bei folgenden Punkten ist das Oppo A54 besser, hat Wi-Fi 5 Verbindung, hat einen Kompass und hat Bluetooth aptX. Bei folgenden Merkmalen hat das Galaxy A12 überlegene Werte vorzuweisen. Unterstützt NFC, benutzt eine 3D-Gesichtserkennung und hat Sprachsteuerung. Ergebnis. Mit 57 Punkten liegt das Samsung Galaxy A12 in der Gesamtwertung knapp vor dem Oppo A54 mit 54 Punkten. In der Beschreibung unter dem Video habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Geräten verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen unbedingt wissen für welches Handy ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like, wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke. auf die Glocke. vier